Ja, herzlich willkommen auf dem Kanal von Monsterskiller hier zu Minecraft Season Nummer 1 mit Marky und Willy. Die beiden sind heute dabei und natürlich meine Wenigkeit. Und ja, wir hatten gerade schon mal die Aufnahme angefangen, da war dann mein Mikrofon gemutet, das war ein bisschen sehr sinnlos. Und da hatten wir eigentlich nur kurz angekündigt, dass wir jetzt... Ey, bist du irgendwie behindert? Alter, ist Marky dumm. Na egal, wie auch immer. Und hier war es nicht vorhanden. Ja, geil. Wir hatten beschlossen, dass wir auf jeden Fall das Hotel beenden werden oder beenden müssen jetzt langsamer. Und dafür muss ich ein bisschen farmen gehen, ein bisschen Holz. Und ja, dann werden wir das dann dementsprechend natürlich dann auch langsam jetzt beenden. Ich habe mich mal entschlossen, hier fahren zu gehen. Hey, Luca, komm mal her. Schnell. Schnell, komm mal her. Sehe ich so aus? Komm mal her. Schneller. Ja. Komm mal her, das müssen die Leute sehen, Alter. Was müssen die Leute sehen? So den Anfang von meiner Leuchten enthält. Ja, das gönne ich mir gleich. Ich habe später auch noch Zeit. Nein, Junge, das wird hell, du vollidiot. Ja, dann warten wir einfach bis zur nächsten Nacht. Dann tanzen wir rum wie die hier Menschen. Trottel. So viele kleine Willis. Okay, dann guck Marks an. Guck, wie viel Licht es macht einfach. Guck, gönnst dir. Musst da hingucken. Na, Fall. Hey, Marky, willst du, dass ein sozialer Status steigt? Hallo, Willi, schmeiß dir noch Reds am Hirn. Marks, nee. Okay, schade. Ah fuck, ich brauche dir noch schwarze Wolle. Marky, bring mir mal ein bisschen Essen vorbei. Kriegst du auch ein Eisenmerfeld? Oh, was machst du denn gerade? Ich bin gerade hart am Farmen. Ja, dann mach doch. Ich brauche nur Gloestone, ey. Gloestone. Gloestone. Oh Mann, Willi. Halt die Fresse. Oh, komm mal, ich habe einen... Es schwebt einen Block durch die Gegend. Traurig. So, man, jetzt muss, aber ich habe keinen Bock in diese Scheiß-Welt dazu gehen, ne? Ja, dann lass mal nachher uns zusammengehen, können wir machen. Ja, nachher. In den Netzer. Ich hab hier noch ein bisschen. In die Netzer, so wie du es nennen kannst. Mehr für das Netzer, wir sind Deutsche, meine Freunde. Da ist es Netzer. Netzer. Oh, Gott, hab ich noch mal. So, nein, Spaß, ich auch hier nicht. So wie Luca. Ja, weil, kennt man natürlich. Weiß man natürlich. Na, hat's. Dann trägst du eigentlich noch mal an. Mann, ey, irgendwie. So ein Haupfer, alter. Nein, ich hab so lange kein Minecraft mehr gespielt, nicht mehr schön. Schade. So lange. Na, wo ist mir dieser Scheiß-Welt noch, Alter? Also, eigentlich hatten wir uns doch auch, äh, Gesprächsthemen ausgedacht, ne? Eigentlich heute. Ja, lass mich mal nachher erreichen. Nachher, warum denn nachher? Ja. Ja, man, mein Junge, ich finde, diesen Scheiß-Block nicht, ne? Der will hier richtig kassieren, ne? Meiß die Glühstone, oder? Oh, 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 oh. Es gibt einen Redstone-Block, feierlich. Ja, ja. Alter, wer war das? Ja, wer wohl. Ja, wer wohl. Alter, nur sagen wir's nicht. Ey, das war Mati, der ist hier auch in der Party, wa? Mati war's, ja, klar, auf jeden Fall. Mati, Mati Schmidt, der Bösewicht. Das war wehend. Ja. Jetzt kriegen wir von dir 50.000 Euro, hallo, wie er dich erwähnt hat. Alter, wenn er sich jetzt mit sagt, doch mal kurz mal hallo. Zu der großen YouTube-Welt. Pst, pst, komm, Mati. Er hat ne männliche Stimme. Oh, doch nicht. Guten Tag. Da ist er. Da ist er. Ach, Mati. Es lebt. Mann, ich finde, sie sind scheiß Blocklegel. Danke übrigens für's Geld. Mann, Handy, halt die Frisse. Mein scheiß Handy. Lukas, schick mal den. Ach, traurig. Ja, denzend. Mann, ich kotze gleich hier rum, ey. Alter. Hört, schau mal auf, du scheiß Opfer. Alter, das ist nicht mal. Mann, wo ist dieser elende Block? Äh, sehr wenig, bis jetzt, nein, Spaß, keine Ahnung, so, anderthalb sechs oder so, ich mach so, um die geilen Kartoffeln. Das ist einfach mit das Beste war, das ist nicht mehr schön. Auf jeden Fall, ich feiere die Scheißen. Ja, nee, ich finde, es ist ein Block nicht. Wo ist denn der... Das ist die Frage. Martin Block, den Blue Stone, den Blue Stone, den Blue Stone, den Blue Stone. Blue Stone. Ah, ich hab ihn. Er hat ihn, alter. You shit. Ich hab ihn, Leute. Leute, Mudi. Alter, wie viel ich davon machen kann, ne? Ich hab grad 19. Und wo ist jetzt die arme Kacke, diese Lampe? Das ist die Frage, oh, ich hab sie. So, oh mein, grob, alter. So viel Holz, ne? Marky, wie viele Stacks soll ich mitbringen nach Hause? Fünf. Fünf, wirklich? Fünf. Nein, wir brauchen schon echt viel. Aber keine Sorge, Leute, ich werde nicht die ganze Folge fahren. Luca wird jetzt für drei Folgen lang, für drei Folgen fahren. Ja, auf jeden Fall. Ja. Hat er vorgenommen. Ja, klar. Ist auch ziemlich interessant, immer für die Zuschauer so. Ja, ja. Soll ich mal, Loris, sein Russenhaus anbrennen? Mach mal, das ist interessant für die Zuschauer. Das ist interessant. Und so Ruine, wa? Die doch Ruine, siehst du für den Arsch. Ja, das ist nicht mal mehr eine Ruine. Wenn du sie dir anguckst. Ja. Ja, da müssen wir auch... Aber so eine Werkbank hier am Boden, alter. Wenn man hier reingeht, wa? Steht man mitten in so einer verbrattenen Höhle. Oh, da hinten ist noch eine Truhe. Vielleicht ist da noch was drin. Erst mal snacken. Alter, hier sind wirklich... Was für Pilzsoppen, feierlich. Ja, das war auf jeden Fall auch die größte Holzverstellung. Wenn nun, ich würde sagen, los, macht wirklich alles falsch in unserem Dorf, oder? Zuerst schlachtet er alle Pferde und dann doch einfach hier, dass er der Dorfknecht wird. Ja, ja, stimmt, ja. Dafür wäre ich auch. Dafür wäre ich wirklich auch. Wenn er für die Töten, Loris einfach mal in der nächsten Folge. Und dann, äh, mal gucken, wie er darauf reagiert. Brennen wir sein Haus ab. Ja, geil. Dann vergewaltigen wir sein, äh, sein Pferd. Oh, Junge, Alter. Äh. Traurig. Ja. Oh, hierzu kann nicht betrieben werden. Schul. Sehe ich auch so. Sogar, wo bist du? Ich kann mich mal besuchen. Ich bin HZ4-mäßig am Farmen. Fahre ich mal kurz gucken, in welchen Richtung ich lossehe. Komm, ein, zwei Bäume fahren wir noch ab, bis zu drei Stacks. Nein, ich hab keine Karte. So. Traurig. Alter, wie viele Ophkartoffeln du hier hast. Feierlich. Ja, die hat Loris mal alle gesnackt. Einfach irgendwie wie, so fast drei Stacks. Nach Stacks Ophkartoffeln. Ja, er hat mir sogar noch welche gesnackt. Er hat mir irgendwie auch, äh, keine Ahnung. Ich hab grad 234 im Inventar. Geil. Geil, Marky. Mann, gibst du mal schwarze Wunder? Mann, was wollte ich jetzt? Was wollte ich jetzt, Mark? Boah, ich brauch ne Schere. So, ich hab jetzt auf jeden Fall ein bisschen Holz dabei. Ich hab ne Schere. Ja, Willi, da komm ich nochmal zu. Marky, ich bin jetzt am Hotel. Oh. Ja, bau mal oben ganz oben zusammen. Ja, die liegt hier. Vor meinem Haus. Ja, lass, was wollte ich, was brauch ich denn jetzt? Jukka. Gluestone. Gluestone. Sicher und Fackel. Ahne Schaufel, Dankeschön. Ja. So, Pülzow, ich hab hier keine Schaufel, ey. Hier liegt die. Hey, ich dachte, du wärst im Nähte. Fast im Marsch. Ich dachte, du wärst im Nähte. Ja. Nee, ich hab ja noch ein bisschen. Ah, okay, das so klar. Ich bleib mal bei dir ein. So, genug Holz haben, meinst du, wenn du... Oh, Alter, so. Was hat denn Loris hier gebaut? Das macht mich traurig mit den Tieren vor meinem Haus, wa? Ja. Guck dir doch an, Alter, wie hier alles völlig am Arnuss ist. Marky, wie bauen wir's denn jetzt so? Wie ist das Gesicht von Loris? Oh, warte, ich komm gleich mal. Ja, komm schnell her, komm schnell her. Ja, chill mal in der Runde. Nö. Ey, bringt mal auch Stein mit. Ey, das, also falls ihr denn in den Farmen geht. Ja, Stein. Ey, ich glaub, warte, wo war das? Ich glaub, bei mir im Keller liegt noch richtig viel Stein. Ja, gönne ich mir mal. HZ4-mäßig, gönn dir. Ich ernähre mich im Mühle, ich auch nur von Stein. Gut. So ein Zwerg. Ich esse immer auf, äh, äh, diese, äh, diese Dings auf. Wie heißt die Kacke? Ja, wie heißt die Kacke? Mir fällt gerade echt nicht eine. Parkplatz, genau. What? Du isst immer ein Parkplatz. Du isst immer Parkplätze. Okay, geil, geil, wirklich geil. Ich stelle mich immer vor Netto und dann reiße ich da die Steine raus. Geil. Wie weiß ich denn? Auf jeden Fall geil, so. Ja, besser als ich fünf Bonbons auf einmal reiße ich die. Oh. So, warte. Ähm. Wollten wir jetzt nur auf einer Seite hier das bauen? Ja, ich guck einfach mal, wie das dann so aussieht. Alter. Oh, jetzt hab ich keine Sticks, Alter. Diese, diese Bonbonfrohne. Oh mein Gott. Ja, die war echt feierlich. So, als wollen. Ey, die kennt man einfach, ey. Ja, auf jeden Fall. Ich wette, Loris kennt sie nicht. Ne, kennt er auch nicht. Meine Mutter. Das ist seine Mutter. Das ist gemein. Ja, klar. Ich hatte immer schon so eine Vermutung. Ich hab leichte Ähnlichkeit. So. Oh Mann, ey. Oh Mann, das wird auf jeden Fall eine feierliche Folge. Ja. Wird auf jeden Fall gut ankommen. So, warte, wie viele waren hier heute? Wie viele Loris-Likes? Wird gut ankommen. Hey, Loris macht sich einfach zehn Fake-Accounts und disliket das Video. Und schreibt immer drunter, löscht das Video bitte. Der brüllt auch mit seiner Mutter. Ja. Der Manus-Anus. Oh Mann, ey. Mit Geburt. Alter. Junge. Ja, langsam. Hast du hier noch irgendwo Sticks? Was? Kleiner Lachs. Ich? Sticks. Keine Ahnung. Oder haben wir noch irgendwo... Ach nee, ich hab hier auf meinem Dach Holz. Kacke. Eins, zwei. Oh Mann, ey. Hab ich einfach ein paar Bäume auf meinem Haus gepflanzt. Schon leicht hartzig. Aber natürlich nur leichter aus. Sticks, gleich eine Schelle. Oh Mann, du bist so minderwertig, oder? Das macht mich schon wieder irgendwie traurig. Was wird zu Frechtax? Ja, Willi redet mal lauter. Ich kann nicht kommen verstehen. Bestimmt's irgendwie nach Magi. Hab ich gerade verstanden. Ey, Luca, bin ich normal oder nicht, dass ich da in der Aufnahme der Ernst? Du bist nicht normal, du bist nur ein normaler Mensch. Er ist normal. Wollte ich immer so gesagt haben. Stell dein scheiß Headset mal lauter. Ja. Kapitänfliege. Bambus Headset. Martin, wie würde es denn aussehen, wenn wir... Äh... So. Goal. Na verdammt, da ganz oben ist ja noch Leben, schwul. Ja, was brauchst du denn noch? Dann geh mir mal mit den Hurt, da kann ich mich noch bauen. Guck mal, was ist, wenn wir es... Weiß hier was drin? Ey, Luca, es wird Nacht. Du weißt, was das bedeutet. Och, nee, oder? Codefarm. Ja, komm mal zu meiner Leuchte. Ja, ja, tschö. Alter, die sieht einfach so präum aus, ne? Warte, ich baue das hier schnell noch. Ja, wie auch immer. Okay, komm, mach, mach, zeiget mir, zeig es mir. Oua. Bist du schon hier? Ja, klar. Warte, 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 warte. Es ist noch nicht direkt dunkel. Es ist noch nicht ganz dunkel. Warte, stell dich, stell dich hier hin. Hatte ich viel auf diesen Prämie-Moment mit erleben. Geil, komm, Marki. Nee. Ich pace ab wie Babo gerade. So, komm, mach's. Oh, da kommt er, da kommt es. Luca, runter von meiner Hecke. Psst. Und, passt auf. Oh, mein. Soll ich die mal schneiden mit meiner Schere? Zwei. Eins. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Alter, das ist nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr. Oh, shit, Alter. Und jetzt kannst du die Hecke an- und ausschalten. Ah, Junge. Alter. Ey, es ist so dunkel. Ich seh gerade gar nichts. Ey, es ist so dunkel. Oh, hell, gut. Menschenskinners. Hast du auf jeden Fall fein gemacht, Wully. Viele Hobbys. Ey. Marki. Der muckt auf. Oh. Dann die Rage. Das ist richtig. Ja, okay. Ja, die bin geproben. Alter, hört jetzt bitte auf. Unterlassen Sie dies. Unterlassen Sie dies. Unterlassen Sie dies. Mann, hört doch mal auf. Habt ihr keine Hobbys? Willi wird gemobbt. Was war, Alter? Ich schlag zurück, Alter. Junge, ich hab vier Herzen. Komm her, Junge. Schiller riskieren. Okay, wir machen Frieden. Und ihr dürft einmal meine Hecke an- und ausmachen. Einmal? Alter. So ein Angebot. Ich krieg deinen Gutschein. Gutschein für einmal an- und ausmachen. Geil. Erstmal geh ich den Endermans schlachten. Sonst kostet es drei Diamanten. Komm nochmal her, du Spast, Alter. Ja. Spast, ey. Hörst du mich? Ja, komm her, Alter. Muck nicht auf. Frechdachse, ey. Okay, darf ich sie jetzt... Ich darf mal etwas Produktives machen. Darf ich sie jetzt auch einmal an- und ausschalten? Oh, der Endermann. Ja, geil. Komm her, du fette Sau. Kassierst eine Hardcore-Schelle. Ja, da liegt seine Wörter hier. Okay, jetzt tut mir leid. Oh, da hinten ist er. Er hat mir eine Diamant-Pick. Ja, klar. Geh mal dabei. Können wir mal den Verzauberungstisch da wegbauen? Ey, ich mach's jetzt einmal an- und aus, okay? Dieses Gefühl. Oh, mein Gott, Alter. Das wird so geil jetzt. Okay. Alter, sieh's an. Oh, mein Gott. Guckst du hier? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Alter. Verbrenn dir die Augen. Oh, mein Gott, sieh's aus. Ey, ich seh gar nicht. Ey, es ist so dunkel, Alter. Ich muss mal... Ich auch nicht. Ich muss mal kurz in dein Haus. HZ4 for the life. Really? Ich spring hier gleich rund. Ich spring hier gleich rund. Ich spring hier... Ich spring gleich von Balkon. Oh, mein Gott. Alter, ich hab noch fünf Leben. Oh, okay. Diese Folge war jetzt nicht unbedingt produktiv. Obwohl der Anfang war okay. Aber dann wurde es halt immer schlimmer. Trotzdem hoffen wir, die Folge hat euch gefallen. Lasst doch konsumtive Kritik da. Und bis zum nächsten Mal. Hau da rein. Ciao. Ciao. Ciao.